Jo Leute, was geht ab? Angehöriger am Start. Heute mit einem neuen YouTube-Video. Und zwar, es gibt ein Update zum PTR. Wow. Eins von vorne weg. Krasse. Hätte ich nie gedacht. Was haben sie geändert? Und zwar, ich kann es nochmal vorweg spoilern, neue Items. Was für Items? Grand Charms. Wodrum dienen Terrorzonen? Das heißt, es lohnt sich auch Terrorzonen zu farmen, wenn man nur für diese Chars reingehen will. So, jetzt was ändern die? Gehen wir gleich rein. Wir gehen direkt rein. Hier. Und außerdem, am 6. Oktober beginnt die Letter. Hier, Letter Season 2 will beginnen. Und Oktober 6. Also, merkt es euch im Kalender. 6. Oktober sehen wir uns alle. Da geht es dann richtig ab. So, Launch timing kommt noch. Und jetzt gehen wir runter. Das ist alles, was wir schon kennen, der Terrorzonen. Und jetzt, Akt 1 ist das Pit dazu gekommen. Wie wir auch sehen, ist ja Black Marsh nicht mehr drin. Das haben sie rausgenommen. Dann ist in Akt 4 noch die City of the Damned zum River of Flame dazu gekommen. Finde ich sehr geil. Finde ich richtig geil. Und hier seht man es, ne? Pit und City of the Damned kamen zu. Maggot Lair, Harem Palace und Lower Coolers haben sie rausgenommen. Das waren jetzt sehr umstrittene Zonen, denn die hatten sehr low Density. Sehr geile Änderungen. Jetzt haben wir fast nur, eigentlich haben wir nur Gebiete, die wirklich riesige und hohe Densities haben und mit denen man richtig gut farben kann. Erster. Dollar Change. So, hier Black Marsh, ne? Wurde weggenommen. So, und jetzt hier New Thunder Charms. Das riesen Dings. Also ja, wir gehen es mal so kurz durch. Ich habe es in der Fall schon durchgelesen. Quasi aktuell ist es ja so, dass Mobs über 100% Resis haben können. Wenn sie über 100% Resis haben, sind sie immun. Oder es kann sogar sein, dass manche Mobs bis zu 160% Resis haben und da Conviction oder Lower Rest zu einem Fünftel wirkt. Wenn die Mobs nicht, wenn die Mobs immun sind, konnte man quasi manche Mobs gar nicht breaken von der Immunity. Und da es die meisten Fire-Mobs war, ne? Hat mal irgendwann Jammerzone, Hammerdin und Lightningstalk gespielt. So, das wurde es verändert. Und das Witzige ist, haben wir die nicht mal genervt. So, quasi, es gibt neue Grandjumps und wenn man diese Grandjumps drin hat, dann sind die Mobs quasi gesandert. Das heißt gesandert, dass die Mobs, deren Fire oder deren Resistance sind zu 95% runtergekeppt. Also egal, was sie für Immunität davor haben, sie sind bei 95%. Das heißt, sie können nicht mehr immun werden. Mega geil. So. Jetzt kommen wir hier. Blackcraft, Monster, Magic, Immunity of Thunder. Magic Resis mit 50%. Witzige Sache. Der ist buff. Sogar, haben wir den nochmal? Kann der jetzt Akt 2 Waves selber farmen? In, in, ähm, ja, oh, ich muss mein Overlay noch ausmachen. Entschuldigung. Kann der jetzt selber farmen? Akt 2. Werden wir austesten. Dann Cold Rupture, Cold Immunity of Thunder. Cold Resis mit 75%. Das ist nämlich das Geile. Also, wie gesagt, man hat nicht nur einen Bonus dazu, sondern man hat quasi auch einen Minus. Also man muss quasi ausgleichen. Das heißt, man muss vielleicht auf ein paar Skiller verzichten. Und dann Resis Chams oder so mitnehmen. Hier, Bone Break. Monster, Physical, Immunity is standard. Auch removed. Man kann Mealish spielen. Also kann man sowieso schon. Aber es ist jetzt noch besser. Physical Damage. Received increase bei 25%. Kann man vielleicht mit einer COA wegmachen. Ihr Crack of Heavens. Monster, Immunity is standard. Lightning Assist, minus 75%. Oh mein Gott. Stellt euch Konf Souls vor. Mit, ähm, Minus, ähm, wie heißt es? Mit Lower Rest. Von den Knights drauf. Mit minus 75 Lightning Rests. Da brauche ich mal wie viel? Irgendwie 200 Lightning Rests oder so. Dass du nicht komplett weggenugt wirst. Hier, für Fire Slate. Also quasi für jede, für jede Immunity sind die Resi, Resi quasi 95% gecapped. Das heißt, die können gar nicht mehr immun werden. Und man bekommt selber minus 65%. Infinity und so weiter funktioniert alles. Aber die reduzieren dann quasi die Resis weiter. Points Resist genauso. Mega geil. Neue PTR-Char Templates. Da wollen wir nicht drüber reden. Da hat Blizzard mal wieder übertrieben reingeschissen. Also ich habe sie mir gerade schon angeguckt. Es gibt nicht mal Chars mit High Roons. Also, keine Ahnung. Also so gut wie es Blizzard gemacht hat. Ja. Gehen wir nochmal nach unten. Hier in das rote. Hier. Und das ist, sie haben einen 20 Jahre alten Bug gefixt. Fix an issue. Was heißt das? Aktuell ist das so, dass man immer Ball-Partys macht. Warum macht man das? Weil man bis maximal vier Player, also zwei oder vier Player mit einer Ball-Party mehr EP als mit acht Player-Party bekommt. Oder Diablo gleiche mit maximal drei Leuten. Das ist jetzt entfernt. Das heißt, man bekommt mit acht Leuten genauso viel EP wie mit einer vierer oder zweier Ball-Party. Oh mein Gott. Ja, also die haben sich auch noch gefixt. Heilige Scheiße. Was ist denn da los, ey? So, das war es soweit. Aber, holy shit. Ich bin richtig begeistert. Ich hatte ja schon mal öfters mal gesagt, weil ich auch, Servus Lama Tiki, weil es geht, weil ich auch einer bin, der immer gerne Builds ausprobiert. Und ich habe immer gesagt, Immunities, auch wenn es so ein bisschen Diablo 2 ausmacht, sind quasi einfach schlechtes Game-Design-Immunities. Weil du quasi direkt Builds von vornherein rauslockst. Also einfach wegsperrst, die ein gewisses Element haben oder so. Die sperrst du einfach weg. So wie 99% aller Fire Builds. Und das Geile ist, sie sind mal wieder nicht ihren eigenen Weg gegangen. Sie sind mal wieder ihren eigenen Weg gegangen. Sie haben nicht die Resis von allen Mobs reduziert oder so, sondern sie haben einen Endgame-Unique-Charme eingeführt. Gehen wir gleich mal rüber hier. Einen Endgame-Unique-Charme eingeführt, der zusätzlich nur in den Terror-Zonen droppen kann. Und der 1 von 6. Das heißt, wenn man einen Grand-Charme hat, noch wie so eine weiter RBF. Man freut sich brutal, wenn man jetzt einen Grand-Charme droppen, denkt man sich, der nächste Gates, hebe ich gar nicht mehr auf. Sondern, surprise, surprise, wenn man jetzt in den Terror-Zonen hat, kann man entweder einen Gates-Charme oder irgendeinen geilen Charme. Und kann dann, wenn man dazu irgendeinen Charme findet, kann man sich vielleicht einen neuen Bild bauen oder sowas. Mega geil, also wirklich. Es sind quasi neue Unique-Items drin, die durch die Terror-Zonen. Also, giga-Job von Blizzard, wirklich. Also, ich finde es ultra geil. Sie haben es richtig gut gemacht. Und irgendwelche Weiner jetzt, irgendwelche Weiner, die jetzt meinen, die fänden unser Spiel. Ganz ehrlich, geht LOD spielen. Ich habe schon so oft gesagt, zockt eure Hammer-Dienst, Lightning Socks weiter und Jeversons weiter. Hier hat man jetzt die Chance, auch mal andere Builds und andere Chars zu spielen. Und holy shit, es eröffnet ganz andere Möglichkeiten. Wirklich, mega geil. Also, mein Fazit noch kurz dazu. Mega geil. Wir gehen nochmal kurz hier rein. Hier ein Flamrift. Wie gesagt, die Chars sind leider crap. Wir werden es jetzt gleich noch im Stream austesten. Ich werde dazu vielleicht noch ein extra Video machen. Aber hier zum Beispiel, hier ein Fire-Resist-Charme. So sieht er aus. Dann gucken wir uns noch kurz einen Cold-Charme an. So, gucken wir nochmal. Wie sieht er aus? Oh, sieht er blau aus. Das sieht ja geil aus. Holy shit. Die haben aber noch richtig andere Farben. Alter, da geht gerade mein altes Diablo 2-Herts auf. Oh, das ist wirklich... Ja, ich poste ihn gleich. Das ist ultra geil. Also wirklich, ich habe fast schon Tränen in den Augen. 20 Jahre altes Spiel und wir kriegen endlich ein Update. Und das, was Diablo am meisten gebraucht hat, wirklich ein Update, dass man ähnlich alle Builds spielen kann und nicht einfach von vornherein einfach weglockt wird. Und sie haben es vor allem gemacht, dass es nur im Endgame. Du kannst dich direkt... Du musst trotzdem im Early-Game immer noch normal zocken. Und ich hoffe, die Charmes sind auch rare. Also da sind ich häufig droppen. Und wenn man aber so einen Charme hat, kann man einfach irgendwas Geiles zocken. Und die sind auch wert. Man hat eine neue Wertanlage. Man hat neue Charmes, die was wert sind. Wie gesagt, Grand Charmes sind wieder was wert. Es gibt einem noch so einen weiteren Faktor, wie wenn man eine Jahrhune oder einen Ring aufhebt oder ein Amulett aufhebt. Mega geil, ey. Ich finde es... Also, ihr hört es wahrscheinlich schon überragend, wirklich. Wirklich Blizzard, bisschen wie Carous Visions. Hört nicht auf die ganzen Weiner, diese ganzen Puristen, die irgendwie, weiß ich, vor 20 Jahren stehen geblieben sind. Beide Daumen nach oben. Drei, vier Daumen nach oben. Mega geil. Wirklich überragender Patch. Also, da habt ihr gerade mal Fazit schon gehört. Das eröffnet viele neue Builds. Dazu wird in den nächsten Wochen dann von mir auch viele neue Videos auf YouTube kommen. Und vor allem, oh mein Gott, schaue ich euch mal vor, Aura Dean. Ey, mega geil. Also, kurzes Ende. Mega geile Änderung. Sie haben sogar Bug gefixt von damals, von Bahl. Aber diese Grand Jumps. Blizzard, Dankeschön. Damit bin ich raus. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und, ah genau. Außerdem, ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet, für den Support gehen würdet. Auch für den Daumen nach oben. Ihr könnt gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Patch haltet. Ob ihr auch genauso mega excited seid wie ich. Oder ob ihr da ein bisschen reservierter seid. Oder sogar ganz kacke findet. Aber, wie gesagt, mega geiler PTR. Sie haben wirklich das versprochen, was sie gehalten haben. Und, 6. Oktober. Ich hoffe, wir sehen uns alle. Dann, kommt zum nächsten Video wieder vorbei. Und, ciao.